Ich begrüße euch zu meinem dritten Rückblick-Video aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute will ich euch die nächsten Videos aus dieser Reihe nochmal ins Gedächtnis rufen. In diesem Rückblick-Video geht es um die Videos bis zur Nummer 30. Beginnen tue ich diesmal mit dem Video mit dem Titel Folgen der Beschränkung. Die Corona-Pandemie hat die Bürger in einem nicht unerheblichen Maß eingeschränkt. In diesem Video mache ich klar, dass alle Maßnahmen, welche als Schutz vor Covid-19 veranlasst wurden, in letzter Konsequenz mehr Schaden verursachen, als es das Virus selber könnte. Immer wieder wird im politischen Diskurs die EU und Europa als Begriff für dasselbe erklärt. In dem Video mache ich deutlich, dass Europa der schönste Kontinent auf diesem Planeten ist und die EU ein immer versagendes und wenig nützliches Konstrukt darstellt. Der Link zum Video ist unten in der Videobeschreibung. Deutschland wird für ein Sozialsystem weltweit beneidet. Mit Recht. Leider gibt es zahlreiche Personen und Firmen, die dieses System ausnutzen und somit gefährden. Im Video Arbeit und Soziales wird genau auf dieses hingewiesen. Genau wie auf das Thema Leiharbeit, Mindestlohn und Gewerkschaften. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet immer weniger Qualität, zahlt seinen Intendanten zu hohe Gehälter, hält sich nicht mehr an die Neutralitätsgebote des Rundfunkstaatsvertrags und dennoch wird vom Bürger für dieses Konstrukt immer mehr Geld gefordert. Im Video zum Thema Rundfunk mache ich darauf aufmerksam. Abgeordnete in Parlamenten bedienen sich sehr großzügig an Steuergelder, bezahlen sich selber überdurchschnittlich und vertreten die Bürger nicht mehr so, wie sie es verdienen würden. Oftmals fehlt die Perspektive jener, die der Abgeordnete zu vertreten vorgibt. Im Video Politikergehälter plädiere ich für eine Herabsetzung der Politikergehälter auf ein Maß, dass die Perspektive widerstimmt. Der Link, wie gewohnt, unten in der Videobeschreibung. Das Aussetzen der Wehrpflicht hat unser Land nicht nur schutzlos zurückgelassen, sondern auch viele andere Probleme verursacht. Auf diese Probleme weise ich im Video Wehrpflicht hin und plädiere für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Im Video Telemarketing gehe ich auf Werbeanrufe ein und wie diese, da sie schon jetzt verboten sind, vermieden oder verhindert werden können. Auch hier ist die Politik gefragt, um den Bürger zu schützen. Die Parlamente werden durch Übangen und Ausgleichspandate immer größer. Dadurch auch die Ausschüsse immer unübersichtlicher. Im Video Wahlsystem zeige ich auf, welche Wege möglich sind, um die Parlamente arbeitsfähig zu halten und dafür zu verkleinern. Darüber hinaus biete ich eine Möglichkeit, die Wahlen auch im Einklang der Digitalisierung zu ermöglichen. Der Link zum Video unten in der Videobeschreibung. Durch politische Korrektheit und Genderisierung der Sprache sind viele Begrifflichkeiten bereits unverständlich oder mit einer Selbstzensur im Kopf belegt. Auf diesen Zustand mache ich im Video Rederecht aufmerksam und plädiere dafür, sich den Mund nicht verbieten zu lassen. Unsere Regierungsparteien und die Medien berichten über Amtsinhaber anderer Länder, sofern sie andere politische Wege gehen, sehr respektlos. Im Video Außerpolitischer Umgang mache ich deutlich, dass Politiker wie Trump oder Putin unseren Politikern um einiges voraus sind und sich eher ein Beispiel daran nehmen sollten. Die Genderisierung versaut unsere Sprache und macht gesellschaftlich ziemlich vieles kaputt. Um die Ideologie dahinter zu erklären, habe ich das Gender-Video erstellt. Auch dieses findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Video zum Thema Religionen stelle ich Religion gegenüber und mache deutlich, dass der Islam niemals ein Teil von Deutschland sein kann. Dennoch verdeutliche ich, wie wichtig Religion gerade für die Erziehung von Kindern ist. Das Video Schwangerschaftskonflikte macht deutlich, dass Abtreibung und Mord dasselbe ist und dass es mehr Erwartungsfreude für neugeborenes Leben bedarf. Auch, dass eine Schwangerschaftskonfliktberatung eher auf die Vorfreude für das neue Leben und weniger auf Abtreibung ausgelegt sein sollte. Im Video über Kennzeichnungen behandle ich Kennzeichnungen von Lebensmitteln, Lebensmittelinhaltsstoffe und Haltbarkeiten. Auch dieses Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das waren weitere Videos, welche ich in der Reihe Denkmal drüber nach erstellt und euch in Erinnerung rufen will. Die Links zu all diesen Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Über einen Daumen hoch dieses Videos und aller unten verlinkten würde ich mich sehr freuen, Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert einfach meinen Kanal. Jede Woche kommt ein neues Video aus der Reihe Denkmal drüber nach. Bitte teilt das Video mit euren Freunden. Ich würde mich freuen, mit euch über politische und gesellschaftliche Themen diskutieren zu können. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörg Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.